...das verlosen und ich meine nicht meinen Arsch, sondern DJ Case mit dem Inhalt von Eminem. Also Biografie, Vinyl und einige CDs und zwar die Single Collection, die ab heute auf dem Markt ist. Also wenn ihr morgen wieder Bock habt und heute irgendwie verkackt habt oder nicht dabei wart, natürlich wird es eine neue Frage geben und verlosen wir. Natürlich auch unsere Digicam. Und jetzt gibt es die nächste Platzierung für euch. Wir sind mittendrin in unserer Top 10 und mal schauen, was sich in der Top 3 getan hat. Letzte Woche noch die 3, sie ist wieder hochgeklettert, Christina Aguiera und The Voice Within.